Was geht hier vor? Ah, eure Hoheit! Im Namen von Prinzessin Celestia bin ich hier, um euch euer Baby zu bringen. Mein Baby? Aber ich bin doch noch gar nicht fällig. Ich habe den Braten doch noch in der Röhre. Es gab keine Schwangerschaft, Prinzessin. Das ist doch verrückt. Ich weiß, Shining Armor und ich hatten diesen wunderschönen Abend. Und die Sache, als wir meine kleine Schwester überrascht haben... Oh, das war nur die Arbeit vom Marketing-Team. Sie haben nur gesagt, dass ihr ein Baby haben werdet. Sie sagten nie, dass ihr tatsächlich eins habt. Und die rechte Abteilung hat geholfen, den Prozess pünktlich zum Frühling zu beschleunigen. Aber das ergibt keinen Sinn. Oh, da ist sie ja schon! Eure königliche Hoheit, darf ich euch eure Prinzessin Flory Hart präsentieren? Sie ist unsere Tochter? Jupp! Herzlichen Glückwunsch! Fröhliche Erziehung! Oh, hallo mein Kleines! Sei gegrüßt, Vater! Ich habe groß gemacht. Wechsel meine Windeln sofort! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.